Also, die Truppen da oben sind, glaube ich, zu weit weg. So, da oben kommen sie ja. Für die König, durch die Licht der Mond. Warte und blöde. Ich bin noch nicht stehen. Swords ready. Na, Vertage Seier. Hunting Season beginnt. I will, mach was. Okay, das ist ein ganz toller Erfolg. Warte mal, war der jetzt verfolgt, dass ich habe Leute geopfert oder war der Erfolg? Ich habe meinen Truppen Leute besiegt. Jetzt habe ich gar nicht genau durchgelesen. Ich habe meine Vengeance. Incoming! Ich habe meine Vengeance. Jetzt habe ich den Weg gemacht. We can't bleed I am still standing Sag mal, Turm, willst du dann auch nochmal deinen Explosionspfeil? Äh, nein? So. So, dann, äh... So, dann haben wir da oben mal Explosionspfeiler. Hier unten noch nicht. Das kommt dann hoffentlich noch. Das war ja mal voll verschwindet. So. 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 Mein Held wird mich ja wohl hoffentlich platt kriegen. Da haben wir einen besiegt. So. 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 Hier machen wir auch nochmal. So. 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 Ohлин. hier unten ist ein bisschen besser geschützt zu sein ich bin auch immer nur rum so den haben wir aufgewertet und den machen wir als nächstes so hält sich immer da helfen So, den sollten wir dann gleich mit der Superattacke aufschalten können. So, machen wir da mal und da machen wir auch mal und die machen wir vielleicht auch mal einen stärker noch. Was ist denn das eigentlich für einer Zwielichtketzer? Da können wir auch noch sitzen. Machen wir die mal halbwegs gleichmäßig alles stärker. Ich bin jetzt noch auf halbwegs. So, da machen wir stärker. So, dann kämpf mal diesen Tag. So. Held, mach mal was. Held, mach mal hier was. Ich will sagen, ist denn der blockiert? So, da haben wir da. Ihn. So, dann machen wir da oder dann. So. So. Dann hätten wir ja auch, äh, das soweit. Wir sind schon an einem Punkt wo die eigentlich schon keine wirkliche Bedrohung mehr sind. Der vielleicht dann doch noch. So. 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 So, dann kommt da oben. dann machen wir euch mal besser und dann haben wir wieder das Viech und dann machen wir das Viech